PEG PEG GANG Leute, wir haben uns hier vom PC hingesetzt und heute packen wir wieder eines der ältesten, cringigsten Videos aller Zeiten aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was uns erwartet, aber es wird auf jeden Fall peinlich. Cringe erwartet uns. Also wir haben hier ein Video von, von wann ist es überhaupt? 2014. 2014. Sechs Arten von Instagram-Nutzern, ja. Damals Instagram schon ein Thema gewesen, wir sind immer noch auf Instagram aktiv, deswegen Add Potatoes, direkt mal ein Follow reindrücken. Okay, bist du ready? Ja, cool. Ich glaube ihr da draußen seid nicht ready dafür. Okay, 3, 2, 1. Schnell ein Foto mit meinem neuen Handy. Ey, guck mal diese gute Intro hier. Die Intro ist besser als heute. Arten von Instagram-Nutzern, yes. Ich bin jetzt auch mal bei diesem Instagram. Ja. Ah, cool. Das war die Lukas, oder? Ja, dann laden wir doch jetzt erstmal ein Bild hoch. Wie geht denn das? Hammer. Ich bin der King und ihr seid alle F***er. Du hättest mal hören müssen, was ich da sagen. Ja, ich hab's verstanden. Was ist das denn? Benutz doch mal Hashtags unter deinem Bild. Hashtags? Ist das ein Tag, den man mit Haschisch verbringt? Oh, Junge. Und ich soll deine Klamotten waschen? Waschhack wahrscheinlich. Ja, dann verstehe ich jetzt nicht. Mensch, was willst du mir damit sagen? Du F***er. Ey, du, ein Ohr beleidigen. Ja, warum? Ja, das ist deine Ohr beleidigung. Warum? Das war unsere Art von Comedy. Das ganze grüne Handy. Auf Instagram posten. Ja, dieses Abendbart trag ich ja heute noch, ne? Ach, fuck. Ist das diese Abendbart? Was ist denn jetzt, Alter? Ich hab den Instagram posten hier. So. Boah, der Hüttersieg. Kranker tut, ey. Boah, mein Gesicht da, ne? Gesicht ist egal, das ist ein B-Zeg. Ist einfach krass. Haha, war lustig. Verstehe. Du bist nur Instagram-Poser, Junge. Wie die ganzen da draußen. Wie trage ich überhaupt diese Mütze, Digger? Du Sch***er. Ich hab hier in meinem Text bei diesem französischen Wort das Accent Tegue vergessen. Ich hab mein Handy aus. Dann mal ein neues Handy kaufen. Hä? Was ist das? Was ist das denn für eine Instagram-Nutzerart? Ihr Paket. Ach, da ist es her. Ihr Paket, lol. Verpiss dich. Und jetzt nimm deinen Postbotenwagen und verpiss dich. Ach, da ist sie. Der Pingeliger macht solche Bilder. Guck mal, wie Insta dann noch aussah. Die meisten werden das gar nicht kennen. Ja, ihr werdet es nicht kennen. Mann, ist das geil. Ich hab den falschen Filter verwendet. Ich wollt doch Hefe nehmen. Ne. Ich bin weg. Da sind die ganzen Wichstücher da drin. Ich bin richtig am Sweat hoch in diesem Cringe-Shelter. Juck mich nicht. Hä? Ein Shoutout von Justin Bieber. Juck mich nicht. Account gelöscht. Juck mich hart nicht. Das ist krass, ey. Verwackeltes Selfie. Juck mich nicht. Geil, ey. Fuchs, gefällt dein Foto. Er hat Fuchs ja kommentiert. You're so hot. Es juckt mich nicht, verdammte Scheiße. Also Leute, wenn ihr mich abonniert, abonniere ich zu einer Trilliarden Prozent zurück. Oh mein Gott, ey. Die Hälfte der Arten, die gibt's ja einfach nicht. Ich mach sogar noch eure Hausaufgaben, wenn ihr das wollt. Und ich geh mit dem Hund raus, bring mir Müll raus, mach euer Bett. Okay, solche gibt's wirklich die richtigen Verbruchern, Alter. Ich ess auf ***. Ich bin da sicher, er lacht. Da hast du gerade bei Lachen. Ja, was ist da hinten? Ich hab fast zu schwitzen da, Alter. Ich hab fast zu schwitzen, weil es so warm ist. Oder weil es so peinlich ist. Und dann folge ich mir selber und like meine Bilder, dann bin ich ja schon fast so bekannt wie diese Spastis-Kartoffelbilder. Das ist dann echt spastig. Die wird ein leckeres, Alter. Erdbeeren. Erdbeeren. Was kommt jetzt? So. Hashtag Erdbeeren. Warum mach ich 10 Bilder? Hashtag Bärenhunger. Hashtag Ich bin ein Bär. Dieses Video ist so unnötig, Alter. Da ist es Poster, aber es bin ich halt wirklich so, ne? Aber zumindest nur in der Story. Ja, stimmt. Mittlerweile bist du echt... Diese Art bin ich geworden. Ich wusste, ich hab irgendwas vergessen, Alter. Ich kau seit 2 Stunden auf dein Kaugummi und hab's nicht auf Instagram gepostet, Alter. Das kann nicht sein. Ich hab keine Worte verstanden, hm? Du kauf seit 2 Stunden auf deinem Kaugummi und hast nicht auf Instagram gepostet. Junge. Diese Erlösung. Diese Erlösung. Haben wir nicht eine Art vergessen? Ja, da war oder was? Das sieht so aus, als würde mein Hände so feststellen. Was? Ich weiß nicht, wer ihr seid. Oder was ihr hier wollt. Jeden Zeiten. Aber wenn ihr auf lustige Videos ausseit, dann kann ich euch versichern. Die haben wir nicht. Aber was wir haben, sind besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die wir uns über Jahre angeeignet haben. Why are you gay? Ist die Sache erledigt. Wir werden euch in Ruhe lassen und wir werden einen Wert auf euch machen. Aber warum nicht? B**** Oh mein Gott. Digga, das Outro ist legendär, Alter. Das hört mir immer so an. Halbes Herzinfarkt dabei bekommen, ey. Halbes Herzinfarkt? Warum verfolgt mich der Pech? Klasse Leiter für mehr Reactions. Für mehr Outros. Ich meine, ey. Geil. Tabo, die Videos herkommen, gibt es auch viele andere. Am besten wir reagieren da gar nicht mehr drauf. Straight out of the Hölle, Alter. Ciao. Lustige Videos würde es dir nicht geben. Oh Mann. Haut rein.